Es war einmal ein Server-Crash, der bewirkte, dass der MS-74 so merkwürdig auf dem Tisch tanzte, dass er sich abwenden musste. Also ich musste mich abwenden. Nein, wie auch immer, ich ertrage diesen hässlichen Anblick jetzt mal. Spiel dir erstmal ein schönes Intro ein. So, nachdem du das gesehen hast, darf auch der MS sich vielleicht mal begrüßen, falls er denn sprechen kann oder er hat das Sprechen verlernt. Und ich mache jetzt erstmal Musik an, weil, ja, ich mache jetzt Musik an. Boah, auch ein Hallo von mir. Gut, hi MS. Los geht's. Gleich die allererste Änderung hier in diesem wunderbaren Let's Play, hier in diesem wunderbaren Haus. Wir haben die Porto Gans rausgeschmissen, wir haben Warp-Schilder angebracht. Damit können wir uns durch die Botanik warpen, das werde ich dir allerdings an diesem hier jetzt nicht präsentieren, weil der MS hat festgestellt, dass am Strandhaus noch ein Warp-Schild fehlt, damit wir wieder zurück können. Hau mich mal. Ich hau durch. You are in a no PvP Area. Ich kann nicht mit dem Schwert haaren und flute jetzt mein Textfeld voll. Wir haben den Server gewechselt. Dank des lieben Herrn TK4711 aus dem Hause T&M haben wir jetzt hier ein bisschen Ressourcen eingespart. Das zerrissene Häuschen hier ist jetzt auch erstmal wieder da. Da hat der TK den Chunk repariert. Ansonsten haben wir hier Frame-Einbrüche, die sind aber in diesem Bereich leider ganz normal, weil hier wird was gerendert, da wird was gerendert, da wird was gerendert. Der MS redet mir dazwischen und so weiter. Ich hab meinen Satz recht geendet, du Böser. T U-Bahn-Tunnel, T Höhle und T Gipfelhütte. Das, mein lieber MS, ist ein Geheimnis, welches ich dir gerne verraten werde. Das sind temporäre Warp-Points, weil wir diese Warp-Points nicht auf ewig verbrauchen werden oder benutzen werden. Deswegen T. Aha. Geil, ne? Wow. Wie auch immer. Wir haben hier beispielsweise unsere Gipfelhütte und das Wort zur Gipfelhütte ist relativ simpel. Du stellst dich vor der Schild, machst einen Rechtsklick, wupp und bist dahin teleportiert. Ist das nicht toll? Nur mit dem Zurück-Teleporten fällt es mir gerade ein bisschen schwer, weil die Gipfelhütte hat ebenfalls kein Schild, sehe ich gerade? Wah, 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 wah. Richtig. Hier müssen wir auf jeden Fall noch Schilder anhängen. Da muss ich allerdings wissen, wie genau die Befehlszeile gebastelt wird. Lieber T.K., das ist ein Punkt, der mir gerade auffällt. Da sollten wir vielleicht nochmal drüber sprechen. Jo, solltet ihr tun. Jo, dann haben wir, ja, wie gesagt, das ein oder andere, äh, ja, Minivor-Problem. Oh, dieses Schlachthaus steht wieder. Ja, aber hier ist der Weg noch nicht gemacht, das müssen wir also hier alles ein bisschen händisch reparieren. Ja, ja. Auch die Bäumchen müssen wir dann hier wieder runterreißen und, 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 und. So, auch die Bäume hier, die sind, obwohl, ne, die passen, aber hier dahinter, das ist alles nicht so richtig. Aber das passiert halt nach einem großen Server-Crash. So, wir haben beispielsweise hier an der Öl-Plattform auch noch ein Warp-Schild zu hängen. und eben auch die temporären Gipfelhöhle, Hütte, Höhle, U-Bahn-Tunnel. Ich habe mit dem MS ausgemacht, wir springen jetzt nirgends, ich habe mit dem MS ausgemacht, dass wir uns heute ein bisschen um die U-Bahn kümmern werden und wir werden zusehen, dass wir dem Kommentar vom Bastis1984 nachkommen, der mir fleißig via anderer sozialer Plattformen seine Ungeduld mitgeteilt hat, weil wir das Material vom Steinbruch noch nicht ins Lager geholt haben. Ich meine, das fällt zwar jetzt da oben rum, frisst aber nicht wirklich Brot. Also wir könnten theoretisch ganz banal einfach das Zeug da rüberkarren, entweder hierher bringen oder mittels Endertruhe oder, 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 oder. Sowohl als auch. Das geht natürlich auch. Sowohl als auch wäre natürlich auch so eine Sache. Wir bräuchten zwei Endertruhen. Wenn ich jetzt natürlich mit Endertruhen habe, ich bin ja im bösen Modus, sehe ich gerade. Warte mal, ich muss hier gerade mal, ja. So, wenn ich jetzt aber eine Endertruhe haben möchte, äh, das war eine Endertruhe, nehme ich an. Äh, Ende, äh, ne, wie hießen die Truhe? Was? Ender-Eye? Wie hieß die Truhe? Ne, ne, das war eine Endertruhe. Endertruhe war's. Da bräuchten wir vier Lohnrouten, in dem Falle acht Lohnrouten, weil wir brauchen ja zwei. Ja. Acht Lohnrouten, zwei Enderperlen, viermal Obsidian. Das ist so das Minimum, was wir erstmal haben müssen. Haben wir denn Lohnrouten da? Elf Stück, das ist natürlich ein bisschen eng. Wir brauchen auf jeden Fall noch Lohnrouten. Können wir Lohnrouten eigentlich auch herstellen? Weiß ich nicht. Ne, können wir nicht. Hm, okay. Dann lass uns doch laufen. Wollen wir laufen? Ein bisschen hin und her laufen und dann, äh, ja, machen wir die U-Bahn weiter. Hast du einen Rucksack, Emes? Ja, aber nur einen kleinen. Okay. Also Rucksack. Einen kleinen Rucksack. So, warte mal, ich gucke mal, was ich hierfür brauche. Hier bräuchte ich einen robusten Eisengriff. Ah, den muss ich in Liquid Table, alles klar. Ja, das bringt also nichts. Gar nix. Okay, na, dann machen wir das doch einfach. Ich werde jetzt natürlich mal richtig fies. So, hier ist im Übrigen noch ein Rucksack, äh, im Regal. Lieber Emes, wo bist du hin? Äh, hinterm Schlachthaus. Wo bist du hin? Du bist hinterm Schlachthaus. Was? Drin. Genau. Äh, bist du ein kleiner Hacker, oder was? Bin Hacker. So, wir gucken uns mal den Steinbruch an. Ich meine, dass da nämlich auch noch ein zerrissener Chunk wäre oder gewesen ist. Wie jub da, wo mein Bett stand. Wo einst sein Bettchen stand. Nö, hier sieht alles gut aus. Also, der Ticket hat, hat ein gutes Fixing hingekriegt hier. Bis auf die, äh, kleinen Probleme hier unten. Aber das ist nicht schlimm, das kriegen wir ja noch raus. Also, das ist ja nicht der zerrissene Chunk. So, die Geschichte hier, die werden wir dann auch entsprechend abbauen. Die Energieversorgung für den Steinbruch werden wir dann irgendwann ein bisschen anders, anders tahr machen. Ganz schön tief. Ja, die machen wir dann ein bisschen, äh, safter. Das ist ja immer noch die alte Billcraft-Variante. Wo wir auf jeden Fall noch hantieren müssen, ist er hier. Den machen wir jetzt auf jeden Fall erstmal ab. So. Weil der Steinbruch lädt, ähm... Der Steinbruch lädt Chunks. Und, äh, das ist jetzt erstmal nicht nötig, dass wir das haben. So, jetzt gucken wir erstmal hier rein. Hier ist auch ein Haufen Schund. Ah ja, ich nehm dann einfach schon mal mit, ne? Ja, warte mal ab. Wir machen das ja jetzt wirklich noch richtig, richtig easy und so, weißt du? Punk, punk. So, ich schmeiß erstmal hier einen Haufen Zeug in diese Kiste. Ja, also alles, was einem irgendwie so in die Finger kommt, schmeißen wir jetzt erstmal alles da in die Kiste. Inklusive Kisten. Die Kisten können wir ja auch in die Kisten schmeißen. Ja, haha. Okay, was wir nicht brauchen, ist ein Stalakit. Und dann gucken wir mal. Wir haben ja, wir haben ja wirklich eine Menge Gedöns und Zeug und des Bergarbeiters Freude. Hm. Zack. Das macht dir Freude, ha? Das macht mir Freude, des Bergarbeiters Freude. Ja. Besonders, weil du damals wolltest, dass ich da vor Niederknie, weißt du? Vor des Bergarbeiters Freude. Ich erinnere mich da ganz dunkel dran. So. Ups, erstmal da rein. Upsa, das ist meins. Zing, 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 zing. Fleisch. Ah, ha, ha, ha. Richtig. So, wir haben hier oben einen Barrel. Den Barrel können wir abnehmen, den Barrel können wir abnehmen, den können wir abnehmen, den können wir abnehmen, den können wir abnehmen, den können wir abnehmen. Wobei, das sind Stalaktiten, die brauchen wir nicht. Den können wir abmachen. Den können wir auch abmachen, soweit. Und den ganzen Mist friemeln wir dann hier schon rein. Wuhu. Gut gemacht. Was? Ich bin stolzer Fisch. Ich weiß. Mein Experiment war voll. Ja, das ist doch in Ordnung. So, die Kiste ist schon mal voll. Dann werfen wir das jetzt da rein. Zack, 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 zack. Oh, ich glaube, wir müssen den Barrel für den Cobblestone auf jeden Fall nochmal aufrüsten. Ja. So, ich habe einen Wagen vergessen, einen Transportwagen, Chef. So, Stalagniten brauchen wir auch keine. So, lieber Bastus, du siehst, so viel ist hier gar nicht drin. Naja, hier ist noch ganz viel Kobbel. Ja, das können wir ja gleich nochmal mit dem Wagen wegnehmen. So. Kobbel, Kobbel, Kobbel. Das sind nur noch Kobbelkisten, ja? Kobbel und Erde und größere Steck-Einheiten. Okay. Das können wir auf jeden Fall hier noch mit reinfremeln. So. Oh, Schlafsack ist meiner. So, wie du siehst, hast du jetzt im Hintergrund auch noch mein Backup. Saving World's LP World. Das ist eine neue kleine Backup-Lösung. Im Übrigen geht mir gerade die Musik auf den Sack. Oh, die Musik ist natürlich deutlich besser. Mein Backup done. Wir haben eine kleine Mod hinzugefügt. Das ist eine serverseitige Mod. Die sorgt dafür, dass diese Welt alle 15 bis 20 Minuten gebackupt wird. Alter, der Sonnenuntergang ist ja mal geil hier. Oh. Du hast geschlafen. Ja. Und zwar nur du, ich nicht. Cool. Das ist ja mal cool. Okay. So, wir brauchen Wägelchen. Wägelchen. Hoi, Wägelchen. Transportwägelchen. Ah. Synthesis. Die Maschine lassen wir aber noch stehen. Die Maschine lassen wir jetzt erstmal noch stehen. Aber die Maschine bauen wir halt von der Energieversorgung ein bisschen anders dann später. Jetzt nehmen wir erstmal nur das Material mit. Das heißt, ich hole jetzt erstmal schnell so ein Dingenskirchen. Aha. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Du kennst die Dingenskirchens. Ja, 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 genau. Also ich hole jetzt mal einen Transportwagen. Aha. Zwei Stück. Und dann können wir die gerne transportieren. Jeder eine Kiste und ab geht er. Der Peter. Richtig. Die gehen später. Der Peter. Boah, du bist ja mal richtig brutal. So, ich brauche einmal Wood Planks und fünf Eisen für einen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Voll ja. So, dann brauche ich hier noch den. Den, 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 den. Ähm. Mess. Bauen wir die Barrels eigentlich wieder auf? Ja, wir können die Barrels hier nachher ins Regal tun. Ja, aber wenn wir doch den Steinbruch irgendwann mal wieder benutzen. Wäre ja ein bisschen blöd, wenn wir die wieder mitnehmen müssen. Ja, dann arbeiten wir aber mit einer Ender-Chest. Okay. Und schicken das direkt ins Lager. Okay. Oder wir legen eine richtige Pipe hin und schicken das nur über die Pipe ins Lager. Das darfst du dann aussuchen. Okay. Mir ist egal. Alles klar. Oder aber was dem Zuschauer lieber ist. Haus in die Kommentare. Sollen wir den Steinbruch weiter mit Barrels betreiben. Oder mittels Ender-Chesting ganz so Spaß direkt ins Lager teleportieren. Dafür sind die Comments da. Nutze sie. Lieber Emmis. Ja, hier. Da hast du einen Wagen. What? Ich habe einen Wagen. Ja, ich habe einen Wagen. Da hast du vollkommen recht. Ich habe einen Wagen. Und da kannst du eine Kiste mitnehmen. Geil, ne? Ja, wir sind total schnell hier. Boah, Speed! Wir sind so schnell. So unsagbar schnell. Das ist wahres Sprinting. Ich komme mir vor wie ein raketenbetriebenes Fahrzeug. Warte mal auf mich. Du wirst hier so schnell. Warte auf mich. Hey, Bro. Mach mal langsam, Bro. What? Bro. Bro. Warte auf mich, Bro. Warte auf mich, Bro. Warte auf mich, Bro. Oh. Hi. Loll, Bro. Loll, Bro. Roffel, er hat Loll, Bro gesagt. Komm mal auf, Bro. Dankeschön, Bro. So, pass mal auf. Wir packen die Kisten nämlich jetzt einfach hier hin. Wollen wir die bitte mal so ein bisschen out of the way? Dann können wir die an die Kisten anschließen. Ach, so kann ich. Du gehst ja jetzt einfach hierher, packst hier ein Impuls-Item-Duck rein. Ach ja, 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 ja. Das können wir auch machen. Und gut ist. Haben wir eigentlich noch Servus? Äh, ja, irgendwo. Und wo setze ich meine Kiste hin, Bro? Mit einem Block Abstand einfach neben die andere Kiste. Okay, Bro. So. Zing. Ich brauche einen Sichelhammer, Bro. Hier ist ein Sichelhammer. Hier musst du bitte mal ein Dingens angeben, Bro. Danke, Bro. Habe ich getan, Bro. Hier bitte auch, Bro. Okay, Bro. Okay, Bro. Habe ich getan, Bro. Wo sind die Servus? Ja, doch einfach, äh, Hebel. Wo sind die Hebel? Irgendwo hier hinten. Hier, 26 Stück. Ich habe hier einen Hebel in der Kiste. Alles klar, danke. Ich habe zwei. Das Problem ist, dass es jetzt unter Umständen, äh, ein Problem geben kann mit dem Redstone-Signal, Meinst du, Bro? Nee, geht. Ich kann meins nicht anschließen, Bro. Warum nicht, Bro? Das war's und big, Bro.